wahrscheinlich wird es der Guzoa sein der hier einfach mal wieder ein video rausbringt ich hoffe es gefällt euch wir sind im cw wir sind im cw und sind hart am gewinnen und ja ihr könnt sagen was ihr wollt ich habe noch nicht angegriffen und den braucht man auch wirklich nicht angreifen ich meine ich könnte ihn halt wirklich wegen dem Loot angreifen dass ich halt sage gut okay komm Siegbonus bloß ganz ehrlich da stelle ich mich selbst da so ein bisschen dämlich an weil ich denke der nimmt mich hardcore auseinander und ich würde dann lieber den zweiten versuchen ich gucke mal rein weil Siegbonus ist ja richtig richtig toll bloß wenn man dann davon effektiv gar nichts bekommt bringt man auch wenig klar oder so 600 noch was und da sieht es schon mal ganz anders aus da könnte man mit acht erdbeben zaubern könnte ich da gut rein wackeln und dann könnten wir da ein bisschen eskalieren und das werden wir jetzt auch tun und hier seht ihr das dann jetzt auch mal offiziell in the real shithouse ne shithouse nicht so wirklich und zwar werde ich dann eben auch ja da für sowas dann auch wirklich schneller mal die gems raushauen also dafür sind sie halt jetzt in dem fall wirklich da man will nicht ewigkeiten warten sondern zack man will den angriff haben und fertig das ist eine gute combo wir haben vier rage spells wir hätten eventuell auch hier dabei haben können das wäre gar nicht so verkehrt gewesen und wir haben sogar mauerbrecher ok na dann sollte das doch eine softe runde werden und ich würde sagen dann müsste ich mir den anderen auch zutrauen und das war les deux le deuxième ja la deuxième le deuxième glaube ich so ja wie gesagt das fließt da wird es ja definitiv nicht aber ich würde mal sagen auf dem auf dem one star gehen und dann das hier auseinander brechen und eventuell na blus ba da 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 guckt guckt mal kurz her also bin ich eventuell vom ansatz her richtig wenn ich sage ich pokere und mache den droppe den hier weil wenn ich den hier droppen würde würde ich so viele compartments aufreißen die ich ja im normalfall natürlich haben möchte ich will natürlich alles aufreißen in der base dass ich halt relativ gut überall ran komme aber in dem fall weiß ich ja dass ich nicht wirklich viel mehr hinbekomme Boots Digger Gucken wir mal, wie er sich schlägt hier Nee, das reicht leider nicht Ja, er war Gut im Gemäxten Achterbereich, definitiv Muss man sagen, nee, nee, kann man nicht mal Sagen, weil der King ist auf 9 Tut uns leid, ja, wurde abgelehnt Ähm, ansonsten Base Layout ist natürlich richtig geil Für Queen Walk, richtig schön reinbuddern Junge, nee, wie ihr eventuell Auch seht oder hört, es geht mir Wieder richtig gut Mein, ich nehme nicht auf dem iPad Oder auf dem iPhone auf, weil Das gerade lädt für die nächste Session Pokémon Und ich Dann noch rausgehe, ich hab die GoPro wieder Und alles ist richtig cool, alles ist richtig cool Bloß dann dachte ich mir auch, ja, dann Gehst du jetzt raus, bloß dann dachte ich auch, oh scheiße Handy ist eh nicht richtig voll, komm Dann machst du vorher COC Also wie gesagt, mir geht's da nur Also, TuStar wäre natürlich schön Auf jeden Fall Man muss aber wirklich auch dazu sehen Jetzt zum Beispiel, jetzt bestes Beispiel Die Magier Ich nutze sie ja jetzt momentan nicht Aber so eine Sache, die Truppen sind halt bei mir Noch nicht auf dem gemäxten Zustand In Town Hall 10 Deswegen ist es halt noch ein bisschen schwierig Die zu knacken Andere sagen natürlich, oh ja, total easy, total easy Aber es gibt halt auch welche, die sagen, ja, stimmt Das ist nicht so toll So, jetzt würde ich natürlich gerne den Single Inferno gleich noch ein bisschen anhitten Aber Das wird So leider nichts mit dem Earthquake Ich würde gerne nochmal kurz reingucken, was er in der CB hat Auch wenn es mir eigentlich egal ist Weil das Zeug ballert und fertig Der hat einen Warden, Alter Der kleine Sack, Alter Ah, okay Ah, da, 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 da Schauen wir mal Ah, okay So wurde es mir von der Taktik auch von mehreren jetzt gesagt Einfach drei, vier Bowler Dann die Heiler hinterher Das soll wohl richtig mächtig ballern Und natürlich, klar, verstehe ich auch Also links und rechts gecleared Dass die anderen Bowler dann voll reinlaufen Na, der King ist gleich down, wa? Bei dem Inferno Ja, so wie der ballert Und, wann ist er down? Immer noch nicht Krass, da ist er down Und ein Frost wäre vielleicht auch nicht verkehrt Das stimmt allerdings Ah, das stimmt Aber mein Frost ist nur auf 1 Ganz ehrlich, wenn ich den Frost auf 1 habe Hau ich doch lieber einen gemaxten Rage raus Oder? Ich hoffe, ich bin damit richtig Ich liege damit richtig Ich hab aber die beiden Spells nicht Ne, ich mach's anders Ich mach's anders Und er hatte Lufttruppen bei Hab ich gesehen Ne, ich hab auch die Mauerbrecher dabei Komm, ey, scheiß drauf Scheiß die Wand an Wenn's nix wird, wird's halt nichts Es ist nur ein Spiel Und es ist nur mit Maus gespielt Ja, ich könnte mit dem Tablet spielen Aber wie gesagt Das lädt So Und ich will's nicht nachkommentieren Das ist auch wieder Quark 1, 2, 3 Und ich bin dabei So Jetzt haben wir Jetzt will ich das wirklich mal richtig machen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 Und jetzt hier Die komplette Masse Hoffe ich richtig Und wieder 2 Dann Äh, ja, Rage Auf jeden Fall Rage Geht bitte nicht alle draußen rum Bitte nicht Ihr tut mir damit weh Boah, schade Man muss immer wirklich so extremst weit hier So, ich denke mal Lunes und sowas Die sollte ich Gut runterholen mit der Queen King is down Na komm Den Rage noch, genau Queen Rage ich jetzt einfach schon mal Dass die hier wirklich schon mal Auf das Town Hall geht Jo, das hat auch gepasst Oh yeah Yeah, alter Also das war Ähm, vielen Dank an denjenigen Der mir die Kombo gesagt hat Mit dem Äh, mit den zwei Dingern So wie Lichtler halt gerade angegriffen hatte Ah, das ist ja nice Ganz ehrlich Mit dem Tooster hätte ich jetzt nicht gerechnet Geil Schön mag ich Mag ich auf jeden Fall Das lief gut Das finde ich vollkommen akzeptabel Ein Tooster bei der Base Äh Absolut okay Ein Golem kriegen wir auch hin Das ist gar kein Thema Golem Für den anderen Wie auch immer er heißen mag Er kriegt Golem Jo, da ist er So Und dann Ist das einwandfrei So, jetzt müssen wir mal schauen Wen wir als nächstes angreifen Also wie gesagt Die zwei Äh, die eins nicht Gucken wir mal Wie hier Wie hier's Drawhead aussieht Ich meine da müsste ja Jetzt ohne Witz Da müsste ja ein Three Star drin sein Ich meine Helden low Da rein Da rein Dass man schön lang Den müsste ich ohne große Vorarbeit Eigentlich müsste der sitzen Ich könnte auch direkt einmal rein Ich habe ja noch einen Jump bei Aber wenn ich den Wenn ich hier wiederum mache Das ist natürlich eine geile Nummer Da können die Da ist alles aufgebrochen Mehr oder weniger Hier Das ist hier nämlich relativ gut aufgebrochen Alles schon Und ich probiere das einfach mal War jetzt auch ein bisschen leichtsinnig von mir Die Wiederholung nicht anzugucken Aber Gut So ist das halt Im Leben So Dann Zack Zack Ne Machen wir mal Zwei jeweils Man weiß ja nie Und jetzt lassen wir hier mal Das richtige Feuerwerk los Achso Scheiße Ich habe ja den Golem noch Golem Heilige Scheiße So gucken wir mal Was hier Truppentechnisch gleich abgeht Oh jetzt müssen wir natürlich schnell machen Dass die Queen rangeht Sonst Bringt das natürlich Mit den ganzen Rage Spells Gar nichts King ist drin Ja ich denke Das sollte ganz gut laufen King wird auch wieder gehealt Sehe ich gerade Also das passt Ja die Die konzentrieren sich so hart Auf den Mittelpunkt Dass die Bowler an der Seite Sogar noch ganz normal Weiter laufen können Das läuft natürlich Ist ja speziell Junge Ist ja speziell Ich meine wirklich ohne Großartig nachzudenken Dann Ich meine da Da sieht man wirklich schon Wie OP die sind Die sind Level 1 Bitte überlegen Die sind Level 1 Ich habe den Golem Eigentlich total versemmelt Der war Viel zu spät Und Dann sowas Also da sieht man wirklich Wie krass OP die sind Und vielen Vielen Dank An alle Die halt Die es halt Geschrieben haben Mit den Einzelverteilen Und dann Bäm Junge Bäm Geiler Scheiß Oh mir macht das so Spaß Und wie gesagt Es Schnell noch Ragen Yeah Läuft Cooles Ding Freue ich mir Freue ich mir Ja wie gesagt Drachenbaby Kann ich ja nicht sagen Neuer Versuch Ja C C Aber ich muss auch sagen Da müssen die anderen Ganz schön daneben gehauen haben Also ich habe gesehen Ich wurde Gethree start Aber Ich wurde wiederum Auch vom ersten Gethree start Also von daher Sehe ich das Ganz 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 gelassen The Destroyer Wurde gar nicht mal angegriffen Auch nice Läuft auf jeden Fall Also richtig richtig cool Ja das war Ja Eine CW Folge Die eigentlich gar keine CW Folge Werden sollte Aber gut Ähm Ja Ansonsten Was gibt es Neues Ja Meister 2 Easy peasy Und Was natürlich Richtig geil ist Guckt es euch bitte an Mir fällt da fast Ein Ei aus der Hose Beide Armeelager Schön Easy Im Upgrade Dann eben halt Golem im Upgrade Dann Alle Bauarbeiter Zu tun Also guckt mal Nur den Großen Scheiß Der wirklich viel kostet Dann wurde noch gesagt Ja mit dem dritten Bohrer Hatte ich ja schon mal In einem Video erwähnt Und dann wurde wiederum Gesagt Ja der Bohrer Also du hast ja Ein Infernoturm Geupgradet Der Bohrer Braucht ja kein Gold Sondern Elixier Ja richtig Aber wenn du in dem Fall Nochmal drüber nachdenkst Und sagst Gut okay Ich habe 8 Millionen Gold Und ich baue dann Was mit Elixier Wäre ja noch blöder Also dann hätte ich ja 8 Mille For free Für jeden Also das wollen wir ja nicht Klar logisch Ne und deswegen Sieht das momentan So aus Und finde ich geil Dass es mit den Infernus So extremst schnell lief Also wirklich Richtig richtig geil Mit der Kombination So wie ich es jetzt Momentan mache Also sprich Sehr viele Bowler Die Heiler dazu Und dann Rage Und ein paar Erdbeben Kriege ich natürlich Jetzt nicht die Masse An dunklem zusammen Weil die Sachen Natürlich relativ viel Dunkles kosten Aber auch egal Weil der Rest Dafür richtig nice ist Und dann hast du halt Eben richtig gute Angriffe Im Normalfall Einen habe ich richtig Versammelt Den letzten glaube ich War es Da Da habe ich mir Richtig ein bisschen In den Arsch gebissen Aber ansonsten Hier so 400.000 So eine Geschichte Das ist dann schon Ganz hier Zack Das ist dann schon Ganz okay Also Und dann halt Man muss ja immer noch Dazusagen Dann immer noch Den Bonus dazu Ist ja auch Nicht so wenig Klar Der kommt ja auch noch dazu Und dann hast du ja Meistens einen Tooster Dass du eben halt Nochmal Ja deine 80% vom Loot kriegst Vom Bonus Also von daher Passt das Das war es von mir Ja habt ihr wie gesagt mal Ein fettes CW Video gesehen Und ich wünsche euch was Ihr haut rein Ciao ciao